Oder mach meinen Spruch. Ja, ja, du hast recht. Ja, ja, ja. Was geht ab, Freunde? Ilko ist hier. Und ja, willkommen zu einem neuen Video. Lukas, begrüßt dich Lukas. Wir haben hier unschwer kennen können. Wir öffnen Eichenpacks. Wir haben Thomas gezogen dieses Jahr. Bei 9. Wir waren Eichen-Roulette. Dann haben Hadidan. Hadidan, ich guck weg. Ich guck weg. Ich guck weg. Ich guck weg. Ich? Ich guck weg. 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 Oh nein! Duon, ich guck weg. Ich guck weg. Wer? Wann werden wir? Ich guck weg. Ja, es ist ja. Nein, nein, nein. Das ist ja kein Freund. Es ist kein Freund. Holm, nehmen wir mal das Ligen. Ey, wo gibt es bessere Spiel da? In Brasilien oder in Holland? Irgendwann in Brasilien muss eigentlich nur eine neue PD wo gut ist. Ja, Roland hier geht. Roland gibt's? Rolf? 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 Ich hab dir entschieden, ich hab dir einen Bock. Man hat deine Fresse gegeben. Ey, Mann, ey, Mann, ey. Ey, Jungs, ey, Jungs, stopp. Ey, stopp, 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 stopp. Ey, Mann, da ist so... Ey, ich hab da sobel, ja. Mann, da ist sobel, ey. Mann, da ist sobel, ey, Mann. Mann, das ist sobel, ja. Mann, da ist sobel, ja. Mann, gib doch wenigstens, gib doch wenigstens, gib doch wenigstens Tote-Icon, Digga. Ich hab's beiden Dreckgeppelt, oder was? Jaja. Ah, schade. Verteidiger? Ok, habe ich schon. Mit Fett. Oh mein Gott, ist ein Stürmer. Wala, ist ein Offensivspieler. Ist ein Offensivspieler. Ey, bitte nicht Rivaldo. Bitte, bitte Rivaldo. Bitte Rivaldo. Nein. Bitte kein Garincha. Bitte Rivaldo. Bitte Rivaldo. Es sieht gut aus. Bitte Rivaldo. Wala, ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Ich wusste das. Ich wusste das. Ich habe so gesagt. Du macht es mal, Digga. Und was ist mit Garincha? Ende FIFA macht, Digga. Wala, Digga. Ende FIFA macht, Digga. Ich ziehe einmal. Sie sind vom Basten. Aber dann können wir... Ok, Freunde. I can play a pick. Zum ersten Mal mit meinem sexy Build hier. Als Gokeeper. Und ich hoffe, wir ziehen jetzt R9. Warte, warte. Warte, warte. Pick wurde geöffnet. R3. Was muss ich danach tun? Auf L1 oder R1? Warte. 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 Wartest du? Die Spielereigenschaften. Warte. Nein, das ist auch falsch. Oh mein Gott, ich habe die Spieler schon gesehen. Warte, du bist ein Opfer. Hatte ehrlich gesehen. Egal. Das ist nur ein Spieler. Barresi. Hä? War. Ja, zwei Mal. Ich muss auf Attributdetails. Ok, egal Freunde. Barresi ist Schmutz. Aber egal. Wir gehen weiter. Kommt vor. Zweiter Spieler. Zweiter Spieler. Wir gucken auf Attribute. Okay Physis 72 Sieht sehr sehr schlecht aus Auf jeden Fall kein Ding Verteidigung 46 Ein offensiver Spieler Freunde Ähm Dribbling 88 97 Ballkoller 97 Dribbling 95 Passen 92 90 90 90 90 90 90 90 90 Tempo Schlecht Del Piero Sieht ihm in Bochua Sieht ihm in Bochua Sieht ihm in Bochua Sieht ihm in Bochua So Freunde Nächster Pick Nächster Pick Oh ich kann es noch gar nicht mit dir Nächster Pick Nächster Pick Ähm Physis 92 Äh 73 73 73 wieder Verteidigung wieder richtig schlecht 48 Wieder ein offensiver Spieler Dribbling 85 Katastrophale Bewegung Das könnte ein R9 sein Weil der hat nicht heute nicht so viel bewegt Passen Passen Das ist auf jeden Fall ein krasser offensiver Spieler glaube ich 74 so 76 Tempo Schuss Nein das ist niemand Nein das ist richtig schlechter Spieler Chöp ist es Chöp Arminer Larsson 95 Da haben Jungs Nächster Pick Nächster Pick Nächster Pick Gut geöffnet Was ist jetzt zurück in R3 Okay Dann auf Attribut Detail Okay Attribut Detail Okay Physis 89 Naja Dribbling Verteidigung Verteidigung 87 Entweder ein Verteidiger Ich glaube das ist ein Verteidiger Ein Sechster ist das Dribbling 78 Ja das ist ein Mittelfeldspieler Aber ein richtig schlechter Passen 82 Also das ist die größte Chöpkarte die ich gesehen habe Schuss nur 79 Allah Tempo 77 Also ich habe noch nie in meinem Leben so eine schlechte Karte gesehen Welcher Schwanz ist das? Olam Petita Olam Wer ist das Olam 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 Alles unter 80 Hauptsache 90er Rating Wie? Was? Hey Digger Ey bitte noch 2 Picks Freunde sorry Ich kann nichts dafür Nächster Pick Adilan Wir gucken Nein nein Okay Physisch 70 Aber Hauptsache reden Olami Olami Ich mache Aufnahmen für YouTube Video Ich hätte keinen Bock diesen Olami Verteidigung Verteidigung 44 Wieder ein offensivspieler Verteidigung Ich meine euch auch deswegen Dribbling 92 Das ist ein offensivspieler Flügelspieler oder so Passen 88 Ok ich habe Hoffnung Ich habe Hoffnung Nein wir nicht wieder ganz Schieße Oh mein Gott Weißte 490 Tempo bitte Nein Tempo richtig schlecht Tempo richtig schlecht Tempo richtig schlecht Tempo richtig schlecht Locker Bergkamp oder so Oh mein Gott Ey Wallah Ey dieses Spiel will mich verarschen Dieses Spiel will mich verarschen Weißt du wer? Wen hast du? Rivaldo Nächster Pick Rivaldo Rivaldo Le Le Locamac Le Le Locamac Le Le Totti Eiken Wenden wir Tempo 68 60 Sagt mir nicht Gattuso Schuss 64 Tempo 68 Antritt 69 Schwint Tempo 68 Arme Nack Oh mein Gott Ey ich kann das nicht mehr Ey bitte Ey bitte ruf Krankenwagen Bitte ruf Krankenwagen Rat mal wen ich gezogen habe Der hat 68 Tempo 64 Schuss 390 Defense Bobby Moore Bobby Moore Gott Bobby Moore Hey Ey Ey ben Ey ben kafayı cem ya Ben kafayı cem ya Ben kafayı cem ya Hallo? Was machst du? Lichten so Ey ben ben Ja wie lange brauchst du bist du online besanmen Oh mein Gott oh 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 jetzt hab ich so Glück schon gemacht oh 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 das ist kein Sinn was der hat wieder garanti tot mit rein gemacht die Schwänze ach der hat wieder das kann doch nicht sein Mann! Hey, warte. Nun, du hast den Kontrolle gegen ihn gewonnen? Ja, Mann. Ich brauche sie zuhause. Nein, ich brauche sie nicht. Mann, du hast du etwas tun? Oh, du hast du versucht? Ja, du hast du versucht. Ja, du hast du versucht, du hast du versucht. Mann! Du hast du versucht. Mann, ganz gut! Vielen Dank.